300! Diese Zahl steht symbolisch für den RS3 Performance Edition, denn dieses Modell gibt es in einer limitierten Stückzahl von 300 und es ist das erste High-Performance-Fahrzeug in seinem Segment das 300 kmh Topspeed erreicht. In Verbindung mit dem RS Torque Splitter heißt das Fahrdynamik auf höchstem Niveau. Absolut und das macht unsere spezielle Hinterachstechnologie uns jetzt möglich. Das heißt wir können voll variabel an der Hinterachse die Momente verteilen, was bedeutet wir können im RS Tor Rear Modus jetzt richtig gut driften. Bei Nässe haben wir jetzt eine viel höhere Stabilität und zusätzlich noch weniger untersteuern und mehr Agilität bei dynamischer Kurvenfahrt und das macht die Fahrwerksentwicklung bei einem RS Modell aus. Und genau das ist im RS3 Performance Edition eindrucksvoll erlebbar. Dieses Modell steht an der Spitze seiner Baureihe. Der Fünfzylinder Turbomotor leistet hier 407 PS und erreicht dank höherem Ladedruck 300 kmh Topspeed. Und diese Höchstgeschwindigkeit, die wird auch schon im Stand ersichtlich, denn die serienmäßigen Matrix LED Scheinwerfer, die zeichnen beim Öffnen des Fahrzeugs eine spezifische Signatur und auf der Fahrerseite ist das die 300. Auch eben in Anlehnung an die limitierte Stückzahl. Ja und nicht nur das, wir haben jetzt auch sehr viele Teile schon in Serie an Bord, wie zum Beispiel die Keramikbremse, die uns zehn Kilogramm an der Vorderachse spart im Gegensatz zu der Stahlbremse, das adaptive Dämpfungssystem DCC und die Gussräder im Motorsport Design mit unserem Pirelli P Zero Trofeo R Reifen, dem Semislick Reifen, der uns natürlich noch mehr Performance gibt. Ja, du hast es gesagt, Mike, viele Ausstattungen beim RS3 Performance Edition sind serienmäßig. Im Interieur gibt es jetzt die RS Schalensitze, die optimierten Seitenhalt bieten bei dynamischen Kurvenfahrten. Und passend zu den blauen Bremszetteln der Keramikbremsanlage gibt es auch im Interieur viele Design-Elemente in blau. Dazu gehört beispielsweise die 12 Uhr Markierung am Lenkrad, genauso wie die vollflächigen blauen Gurtbänder. Und wir haben auf der Beifahrerseite in der Instrumententafel das Batch 1 of 300, das einmal mehr die Exklusivität des Modells betont. Ja Julia, jetzt aber genug der Worte, lass uns doch noch eine Runde drehen. Auf geht's, Mike! Let's get to know! geht's... Punkt Christians... Punkt Anybody else? Punkt 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 Part Punkt Vielen Dank.